War das für Sie ein Entsetzen, das zu hören? Es wäre wahrscheinlich, dass Sie in ein KZ kommen könnten. War das für Sie ein Entsetzen? Haben Sie sofort gewusst, was Sie da erwarten könnten? Nein, habe ich damals in diesem Umfang nicht gewusst. Ich muss auch ehrlich zugeben, obwohl ich nicht mit der Todesstrafe gerechnet hatte, war ich doch froh, dass es keine Todesstrafe gegeben hat, sodass mir der Zusatz nicht viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Außerdem glaubte ich damals, die zehn Jahre, so lange halten die sich sowieso nicht an der Macht. Ich sage, wie ich es damals geglaubt habe.